Wir sind hier am Stierbergsteich. Es hat vorhin noch hübsch geschneit, damit wir es beim Wandern natürlich auch nicht allzu leicht haben. Hat den Vorteil, man hat jetzt eine schicke Landschaft, Schnee bedeckt. Nur die Sonne fehlt irgendwie so ein bisschen noch. Aber wie heißt das so schön? Das Leben ist kein Ponyhof. Genau. So. Jetzt wollen wir mal den Stempelkasten unseres Vertrauens für hier suchen. Ach, schöne Ecke. Ich zeig das hier nochmal. Ja. Genau. Ich nehme stark an. Er kommt gleich. Zumindest laut meinem GPS-Gerät. Und dem wollen wir mal vertrauen. Ich sehe ihn. Aber erstmal sehen wir nochmal den Teich. Bevor wir dann den Stempelkasten sehen. Da oben ist er. Es ist ein bisschen dunkel jetzt wahrscheinlich auf dem Video. So. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir hier am dümmsten hochkommen, ohne uns alles zu brechen hier in dem Schnee. Ui. So. Geschafft er. Was sagen sonst hier denn? Hier investiert Europa und der Freistaat Thüringen in die ländlichen Gebiete. Das finde ich gut. So. Und wir investieren jetzt hier mal in unser Stempelheft. So. Und da haben wir sie. Harzer Wandernadel. Stempelstelle 48. Das Stierbergsteig. So. Mal gucken, ob das Schätzlein auch drin ist. Bitte, bitte, bitte. Ach, süßen Sticker haben wir schon mal. Ja. Bisschen dunkel hier. Ich gucke mal rein. Ach, siehe da. Da ist er. Fein, fein. Stempelkissen. Ist alles dunkel. Ja. Aber ich sehe gerade, ich habe mich gerade hier angemalt. Also von daher ist auch okay. Hier haben wir noch meinen hübschen Blick auf unseren Teich. So. Ja. Schöne Sachen. Schöne Sachen. Ja.